Das Schiff liegt vor New Eden vor Anker. Ein Beiboot steht zu Ihrer Verfügung. Ich habe von Wolken geträumt. Große, weite, flauschige Monster, tief über dem Meer. Ich träumte vom Abgrund in den dunkelsten Weiten des tiefsten Ozeans. Guten Morgen, mein Schatz. Und auch du, mein Geliebter. Sind wir in Neuengland? Willkommen in Amerika. Irgendetwas beunruhigt dich. Der Brief von Charles. Wieso? Dieser Geist muss sehr gefährlich sein, denn sonst würde er ihn selbst vertreiben. Dann muss er eben doppelt zahlen. Ich meine es ernst. Die Sache ist sicher nicht einfach, wenn der Reverend Selbsthilfe braucht. Red, mach dich auf alles gefasst. Ich werde vorsichtig sein, Herrin Duarte. Euer Lehrling ist bereit zu dienen. Komm, Anthea, wir müssen los. Und ich muss mal. Rury McRae, der Land bis zum Schluss. Leben den Lebenden. Tod den Toten. Da wäre zum Beispiel unser Liebespaar Anthea und Red. Die besten Verbanner, die ich je kennenlernen durfte. Das Leben gehört den Lebenden, heißt es. Und Tod den Toten. Doch so einfach ist es nicht. Seit Anbeginn der Menschheit verweilen die Toten auf der Erde. Ob tot oder lebendig, wir sind komplexe und emotionale Wesen. Die Fesseln, die uns binden, sind zahlreich und verworren. Seit wir denken können, kämpfen Verbanner darum, diese Fesseln zu lösen. Der Tod ist belanglos. Er ereilt jeden von uns. Was einem wirklich Angst machen sollte, ist die Frage, ob man danach in Frieden ruhen wird. Ich, Charles Davenport, sollte es wissen. Die Heimsuchung von New Eden hat mich zu Tode erschreckt. Ich wünschte, ich hätte meine Freunde nie gebeten, herzukommen, den Fluch zu brechen. Sind wir echt im Juni? Wie ist denn erst der Januar? Wenn ich mir im Sommer den Hintern abfrieren wollte, wäre ich in Schottland geblieben. London war auch nicht viel besser. Schau an. Kalt wie der Arsch eines Bischofs. Und doppelt so weiß. Muss schon sagen, ich bin etwas enttäuscht. Charles hat nicht gelogen. New Eden ist kalt wie der Tod. Du kannst zu Recht enttäuscht sein. Ich hoffe bloß, er ist in der Taverne. Mit einem heißen Grog. Oder zwei. Ich hoffe bloß, er ist in der Taverne. Mit einem heißen Grog. Oder zwei. Ich hab genug von den langen, öden Seereisen in düstere, ferne Länder. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal nicht gearbeitet haben. Je nach sollten wir in See stechen. Irgendwohin, wo es warm und sicher ist. Wo keine Toten herumlungern. So einen Ort gibt es nicht. Aber schön wäre es, ja. Hab ich schon erwähnt, wie trostlos dieser Ort ist? Ja, ich hatte dich schon verstanden. Aber ich kann dir auch nicht widersprechen. wegnen. wegnen 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 Ich denke, wir können hier durchgehen. Aber sicher doch. Stolpern wir durch dieses verrottete, verfallene Haus. Müsste sicher sein. Pass auf! Ach, du hattest recht. Wieder einmal. Liegt es an mir oder sind wir hier nicht willkommen? Bleib dran. Ich werde einen Weg finden, dich zu treffen. Übereifrige Lehrlinge. Ich bin immer wieder. Ich bin der? Ach! Ach, ihr weiß. Was ist das? Was ist das? Geh mal. Lage. Alles in Ordnung da unten? Nur ein heimtürkischer Wanderer. Und bei dir? Ja auch. Geht schon. Beobachten diese Schemen etwa die Straße? Kann sein. Aber wollen die, dass niemand die Stadt betritt? Oder dass keiner rauskommt? Ja. Noch mehr Wanderer. Hinter dir! Mich kann keine Kiste aufhalten. Wer weiß, wie lang diese Leute schon tot sind. Ob das die ursprünglichen Wanderer sind? Das verheißt jedenfalls nichts Gutes. Und weg mit dir. Ja. 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 Diese Leute haben New Edentown erst vor ein paar Tagen verlassen. Was geht hier eigentlich vor? Ja. uilz. Ja. 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 Oh, das ist eine gute Idee. Das verheißt nichts Gutes für den Fall. Die Lage ist schlimmer als gedacht? Warten wir ab, was Charles zu sagen hat. Leere Docks in einer wachsenden Siedlung? Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles verfällt. Sitzen die Honoratioren nur faul herum? Ist es nicht genau das, was Stadträte tun? Was? 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 Der Staat ist wie ausgestorben. Wo sind denn alle? Suchen wir das Gasthaus. Wir müssen Charles finden. Es wird schön sein, Charles und Esther wiederzusehen. Wir müssen uns immer die Predigt über die Heilige Ehe anhören. Esther würde es nicht wagen. Und wir brauchen kein Stück Papier, das uns auf ewig eint. Ja, das hast du ihr gesagt. Guten Tag Herr. Ich nehme an, ihr seid die Verbanner von Haskell. Anthea Duarte. Das ist Dread McGraith. Hugh Batchelor. Der Gouverneur ließ mich das Schulhaus für euch herrichten. Es ist nicht mehr in Gebrauch. Wäre das alles? Wir werden in der Taverne erwartet. Wo finden wir die? The King's Arms. Ihr könnt es nicht verfehlen. Die Lampen sind angezündet. Die Schule ist jetzt ein Schlafsaal. Und das Haupthaus kalt und dunkel. Aber die Taverne leuchtet noch. Also gut. Wir sind dankbar für solch kleine Gnaden. Wo sind die Kinder? Einige starben an Fieber. Wir sahen das Unheil kommen. Wir dachten, wir müssten sie alle begraben. Wir haben die Kinder in Sicherheit gebracht. Wir haben sie weggeschickt. Das war bestimmt nicht einfach. Weder damals noch heute. Nein. Nein, das ist es nicht. Lebt wohl, Mr. Batcheler. Und wünscht uns Glück. Dann viel Glück. Für euch beide. Da ist das Gasthaus. Da ist das Gasthaus. Charlie! Deine Gebete wurden erhört. Wir sind da. Schenk uns einen Drink ein. Na endlich. Verbannern. Bitte. Kommt rein. Es ist kalt. Daher darf sich eure Helferin setzen, während wir reden. Ich bin die Hilfe. Sie ist der Boss. Und du bist nicht Charles. Mein Name ist Antea Duarte. Das ist mein Partner, Red McGrath. Guten Tag, die Herren und die Dame. Also, wo ist Charles? Pastor Davenport sagte, dass Hilfe auf dem Weg sei. Freiten Sie sich nur weiter rein, Fairfax. Guten Tag. Pannington, Hauptmann der Bürgerwehr. Das ist Thickskin Newsmith. Wir sind die Stadträte. Oder was von uns übrig ist. Warum ist Charles nicht hier? Unser Beileid. Wir werden für seine Witwe tun, was wir können. Der Reverend ist tot? Seit wann und wie? Schrecklich. Obwohl unser Glaube uns stärkt, stehen wir alle noch sehr unter Schock. So geschockt von der Ermordung von Reverend Davenport sind wir, dass wir hier gemütlich hocken müssen und wertvolle Zeit verlieren. Als Gouverneur der Kolonie New Eden ist es meine Pflicht. Was tun wir hier eigentlich? Sitzen rum und warten darauf, dass uns dasselbe Schicksal ereilt. Dabei könnten wir schon meilenweit weg sein. Macht, was ihr wollt. Ich habe vor, weiterzuleben. Die gute Dame kann sehr schroff sein. Vergebt ihr. Und seid versichert, dass ihre Fähigkeiten ihrer Manieren bei weitem übersteigen. Oder deren Fähigkeiten... Sie hat dennoch recht, Fairfax. Wir stehen hier und tun nichts. Wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Die Verbanner sind hier. Dank ihres Fachwissens werden wir vielleicht doch Erfolg haben. Dann dürft ihr das gern herausfinden, bei all eurem Wissen über Geister und Teufel. Was ich über Blut und Kampf weiß, nutzt in dieser Situation wenig. Herrin Duarte, wenn ich euch helfen kann, könnt ihr mich zu Hause besuchen. Es ist gleich auf der anderen Straßenseite. Buchstäblich. Nun Gouverneur, wollt ihr gehen oder bleiben? Ich will bleiben. Unsere Kolonie hat furchtbar gelitten. Aber wir sind es wert, gerettet zu werden. Und jetzt, wo ihr hier seid, wird das auch geschehen. Bitte akzeptieren Sie mein aufrichtiges Beileid für den Verlust Ihres Freundes. Das Ableben unseres Pastors schmerzt uns sehr. Charles Davenport war ein gebildeter und selbstloser Mann. Wahrlich. Der Stolz von New Eden. Es bereitet mir großes Leid, dass wir seine Leiche auf dem Friedhof gefunden haben. Mehr noch betrübt mich, euch sagen zu müssen, dass wir nicht wissen, was ihm auf so tragische Weise das Leben kostete. Was glaubt ihr, was passiert ist? Ich müsste raten, aber das nützt wenig. Es ist jedoch offensichtlich, dass Charles' unerwarteter Tod mit seiner Untersuchung des Fluches zusammenhängt. Ich versuche, in aller Bescheidenheit und in der Abwesenheit des Pastors, uns alle mit Leib und Seele vor unserer ständigen Gefahr zu schützen. Sehen Sie, in meiner Jugend galt ich auch ein wenig als ein Dämonologe. Ein ziemlich guter sogar, wenn ich das so sagen darf. Wir sind keine Dämonologen. Und Charles war es auch nicht. Empfängt seine Witwe Esther Besucher? Witwe Davenport ist zu Hause und geht nicht viel aus. Ihr Haus liegt am Hafen. Ich bot Charles sein Haus mit Blick auf eine schöne Wiese an. Aber er lehnte das ab. Er zog das Dorfleben vor. Sprecht mit ihr, wenn sie euch empfängt. Aber sie weiß auch nicht mehr über den Tod ihres Mannes als wir. Warum ist die Stadt so leer? Von allen, die nicht gestorben sind, sind wir die wenigen, die geblieben sind. Auch wenn sich unsere Gründe dafür unterscheiden, so haben doch alle Verbliebenen im Angesicht des Unglücks großen Glauben und Mut bewiesen. Werden Sie zurückkehren, wenn der Fluch gebannt ist? Ich hoffe, es ist inständig. Hier ist ihr Zuhause. Aber wir haben die Kinder vor einiger Zeit weggeschickt. Und viele konnten nicht ohne sie leben. Wenn wir diese Situation nicht schnell lösen, wird die Gemeinschaft von Juiden zerbrechen. Vielleicht für immer. Diejenigen, die fort sind. Wohin gingen sie? Nach Boston. Entlegene Siedlungen. Irgendwohin. Überall hin. Obwohl, wie ihr vielleicht wisst, die Straßen wegen des Wetters unpassierbar sind. Manche glauben, dass der Weg durch den Düsterwald die Erlösung liefert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Stellung halten. Ihr seid also Dämonologer? Das bin ich. So wie es mein Vater vor mir war. Glaube und Wissenschaft sind unsere beiden Kompasse. Sie liefern ein tieferes Verständnis der Geheimnisse Gottes grüner Erde und derer, die sie bedrohen. Und was haben euch eure Kompasse über den Fluch gesagt? Sie haben mir gesagt, dass Reverend Davenport besser für die Lösung unseres Problems geeignet ist als ich. Deshalb seid ihr hier. So war es abgesprochen. Ich werde für die Kolonie stehen. Als moralische Autorität, sagte ich. Als Anker und Fels, wenn Charles und seine Verbanner den Fluch aufheben, sagte ich. Vielleicht dürfen wir euch im Rat fragen. Bitte tut das, Madame. Denn ich würde euch nur zu gerne helfen. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Ich sage euch, schon seit vielen Monaten leiden wir schwere Not. Und es wird immer schlimmer. Zuerst gab es die Pest und Krankheiten. Dann kamen die Albträume. Dann kam der Wahnsinn. Und am Ende kam der Tod. Und der Tod bleibt. Aber ehrlich gesagt, halte ich das Wetter für den schlimmsten Fluch. Dieser nicht endenwollende Winter lastet schwer auf uns. Schlimmer noch. Er hält uns hier gefangen. Was wusste Charles über ihn? Was hat er herausgefunden? Tragischerweise konnte ich seine Ermittlungen noch nicht mit ihm besprechen. Und sein Tod verwehrt mir jetzt diese Möglichkeit. Unser verstorbener Freund Charles stand vor einer Herkulesaufgabe und hat sich ehrenvoll daran versucht. Ich fürchte, dass ihr mehr leisten müsst. Unser Vertrag steht. Wenn ihr dem zustimmt, dann steht unser Vertrag in der Tat. Für Charles. Gut. Für Charles. Danke. Wir haben, was wir brauchen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe persönlich veranlasst, dass für euch das alte Schulhaus vorbereitet wird. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ich bin hier, wenn ihr euch republicner ist. Das ist oft 12 Jahre alt. Ich bin hier, ich bin hier denn, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, du Podcast. Ich bin hier, ich bin hier will. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020